Der Baustein Zinsensparen ist ein sehr spannender Baustein, den wir Ihnen anbieten können. Hier reden wir also mal über das Thema Finanzierung. Wir machen natürlich keine Finanzierungsberatung, das dürfen nur ausgebildete Leute, die zertifiziert sind. Wir können Ihnen aber sagen, worauf man bei der Finanzierung achten sollte. Das heißt, a zahlen Sie dann weniger Zinsen und wir können Ihnen verraten, ob es besser ist, zum Beispiel mit einem Partner eines Hausbauers zu finanzieren, mit der Hausbank oder sogar mit einem freien Finanzierer. Also, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.